Bewegen Sie sich gerne zu Country-Music? Linedance ist ein Gruppetanz, der aus Amerika kommt. Sie stehen in einer Reihe und lernen verschiedene Schritte. Das macht Spass. Der Tanz und die Musik bewegen unser Herz, unseren Körper und unseren Geist. Lieben Sie Country-Music und bewegen Sie sich gerne? Dann ist vielleicht der Kurs Linedance das Richtige für Sie. Linedance ist ein Gruppetanz aus Amerika. In einer Reihe werden verschiedene einfache Schrittfolgen eingestudiert. Tanzen wird immer mit einer tollen Country-Music. Die Bewegung und das Tanzen machen viel Freude und Spass. Wer will, kann seinen Cowboy-Hut anlegen. Manchmal kommt dann auch Western-Stimmung auf.